Hallo Leute und herzlich willkommen zurück beim ETA Warte mal Du musst ne epische Anfangsmusik finden Moment Und du hast keine Musik Ja doch hab ich schon aber Nee Nee Ja das geht Unakzeptabel Ich mach jetzt hier eben Ach du bist hier schon am strippen ein Geh mal hier lang Nein Das verbiete ich dir Ich hab nicht mal ne Schaufel dabei Ich schon Hast du ne Crafting Table dabei? Nee aber Holz Ja ich hab auch Holz dabei Dann mach ich mir jetzt Oh ich hab 21 Knochen Behalten 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 Nee hab ich jetzt weggeschmissen Es ist Laps 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 Wollen wir uns zwei Diamantschaufel machen Ich hab ja zwei Diamanten Mhhh Könntest du ja Ja komm ja Würde ich aber dann gerne mal verzaubern Hier ist ein Blüter Kannst du ja auch noch wenn die kaputt ist Ist okay Hallo Jetzt brauchst du nicht mehr zurückkommen Jetzt hab ich Eisenschaufeln gemacht Ja toll Willst du wenigstens Eisenschaufeln Nein die hab ich selbst Die hast du selbst Ahhhh Jetzt geht das Geschrei wieder raus Der hat mich fast die Lava geschubst Junge Was ist denn das für ein Mongo Was ist denn das für ein Mongo Was ist denn das für ein Mongo Für 12 Hat er so viel Keys hier Ja Das hab ich Auch gesehen Wenn man mal Keys braucht ist er nie da weißt du Und wenn man ihn nicht braucht Braucht man ihn nicht Diese Logik Du bist echt schlau Ich weiß danke Danke das sagt mir nicht jeder Du solltest ein verrückter Professor werden Ich bin halt verrückter Professor Lol In meiner Fantasie Und deine Fantasie ist sowieso grenzenlos Mhhh Die ist nicht schlecht Sag ich ja Die ist äh Mit ein bisschen Fantasie Kann nicht alles werden was ich will Huuuua Ein Motorboot Oh ich glaub ich schlaf heute Abend auf dem Flug Und weck mich die Stewardess auf Das wär richtig peinlich Ja Naja Vor allen Dingen nur auf nen 1,5 Stunden Flug Nur Obwohl Denkst du was ich mal geflogen bin Nur an 10 Stunden Das war heftig In die USA ne Mhhh Ne Thailand Ja Das Kommt auch hin Jojo Ich will keinen Stein verdammt Verpisst euch mit eurem Stein Gib mir lieber die Kohle hier So viel Stein man Wie weit bist du eigentlich Hast du eigentlich gegraben jetzt In die Richtung kaum noch Ich hab mir jetzt Ne Abzweigung noch dazu gebaut Achso So machst du das also Ich bin hier nur noch am fucken setzen Und die ist das Ich finde noch Kohle, Eisen und so nm Schönen Schönen Ich hab noch ein paar Saphire gefunden Oder Esmaragde Wie du es möchtest Wie heißt ihr denn hier Emerald Heißt Bei mir heißen sie Esmaragd Ok Komisch Strange Hier ist Gold Ich hab auch die englische Version Das kann sein, dass die In der Deutschen Weil du Hipster bist Nö Weil ich es immer auf Englisch gespielt habe Und es immer auf Englisch spielen werde Weil du Hipster bist Nein Möglicherweise sind sie Opfer einer Softwarefälschung Oha Ist nur weil ich mein Windows 7 auf dem anderen Laptop noch nicht aktiviert habe Ich keinen Grund dazu habe Jaja Noch nicht aktiviert Mhmm Mhmm Ist echt so Ich hab ne Windows 7 Lizenz für beide PCs Aber Bleh Ne Bleh Ja Ich will jetzt Das hat mir letztens mein Tablet bei der Android Bei dem Android Update auch gesagt Loll Irgendwas mit Lizenz Kacke Und so ne Scheiße Ich hab erstmal nicht Anzeigen geklickt Genau Weil mich das kein Stück interessiert hatte Erstmal ignorieren Das ist erstmal gut Machen die schon wieder Keys Aber die neue Android Version finde ich gar nicht so schlecht Was hast du denn verhandlte Features dazu Äh 4 Ich weiß nicht ob das 0.1.2 oder 4.1.2 ist Also die aller neueste Es dürfte 4.1.2 sein Ja das kann sein Mein Handy hat auch 4.1.2 Ich hab die aber erst gestern oder so gekriegt Jaja Oder vorgestern Ist ja aber auch bestimmte andere wegen Tablet oder so Ne im Prinzip sind die alle gleich Das ist halt nur vom Hersteller halt jetzt welche Apps er da drauf macht Aber sonst sind die eigentlich alle gleich Ich find keine Diamanten Erstmal alle Apps die er wieder rauf geknallt hat Wieder runter gelöscht Ja Irgendwie so welche Hotel Kacke oder so Ey nichts in den Hotels her Ja Aber ich brauch keine Hotel App Wenn ich mir ein Hotel buche dann bucht das für ihn Ich kann ja eins wie vermieten oder buchen Ja 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 Das will ich auch Ist so Nicht Achja wie lange haben wir schon wieder? Kulturbahnhause Weiß ich nicht Kulturbahnhause Auf jeden Fall Auf jeden Fall bin ich ein Kulturbahnhause Ist so Ich würd sagen in der nächsten Folge gehen wir auch schon wieder raus Ja ist echt so Weil Ist echt ein crazy shit hier unten man Ich glaub ich ruh mich dann noch eine halbe Stunde aus Ja ich geh dann erstmal Äh Joa keine Ahnung Hahaha Ne Ja keine Ahnung Das war Beste Antwort Ist so Ich geh jetzt Ich geh jetzt nach oben und dann beenden wir die Folge Nein Lässt mich nicht alleine Doch mach ich Oh Gott Ok ich grad mich jetzt einfach in den Raum In der Hoffnung ist es nicht erwischt Ich lauf jetzt den Gang noch hinter Und dann kommt Lauer von oben runter Das wär lustig Das wär lustig So pass mal auf hier Bada bada Jetzt rennen wir mal zurück Und graben wir uns irgendwie nach oben Ey ich seh deinen Namen Nein tust du nicht Seh ich Trotzdem Wo bist du denn Ich hab nicht den Gang zugebaut Hahaha Das würd ich auch nicht schaffen Junge Palabron Doch hab ich Doch da hab ich wirklich wo die Erde war Hab ich zugebaut Denes Da hab ich mich genau da wo die Crafting Ne nicht wo die Crafting Genau da hast du was mit Erde zugebaut man Richtig tollen wollte der Mensch Trollalalalalalalalala Ich grab jetzt von unten nach oben Hoffen die Fetze oben und runter Ja aber das mach ich doch auch Fick dich einfach Fick dich einfach Fick dich einfach Nö Doch Aber richtig Jetzt brauchst du oben Obsidianen hin weißt du Hast du keine Diamantspitze gemacht? Das hab ich früher mit Leuten auf Servern gemacht Hab Lust um sie rum mit Obsidianen zu gebaut, wo ich wusste, dass sie nur ne Eisenspitze gaben Das war lustig Ja, kriegt meine Trotzen kaputt Ja, aber es dauert ewig lang Oh, ich hab schon Erde Erde! Obwohl, in der 1.6 damals konnte man das noch nicht glaube ich Oder 1.5 oder 1.4, weiß ich gar nicht Echt? Ich weiß das nicht mehr Konnte man das glaube ich noch gar nicht Alter, wie weit geht denn das hier nach oben, what the fuck? Ziemlich weit Bist du schon oben? Ja Okay, dann ist es nicht mehr weit, warte mal da Please Mach ich Und ab hier hat er keine Erde mehr Alter Ist das nervig Ich hab übrigens, falls du dich interessiert, einen neuen YouTuber gefunden Achja Einen ganz netten Ich weiß nicht, ob er Amerikaner oder Engländer ist Auf jeden Fall Singt der mit Autotune, um die Leute zu ärgern Ähm Also mit Singt der in Black Ops mit Autotune Gerade was er so macht, der improvisiert richtig und so ein Kacke Das ist einfach Ich hab ein absoluter Ich das gerafft habe, Junge Ich das einfach mal gerafft habe Ist das geil Wo müssen wir überhaupt hin? Scheiße Ich hab so gehofft, dass es nicht Was? Ja doch, um mich rum war ja ein Copperstone Da hätte ich ja irgendwann rufen müssen Ich wollte das erst mit Erde machen, aber dann hatte ich keine Erde mehr Achso, du wolltest die Folge hier oben werden Wollte ich Jap 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 Baby Hey Warte mal, warte mal, ich will meine Erdpenis noch fotografieren Das ist ja kein Erdpenis Na ja, abfotografiert Wiedersehen oder sehen in der nächsten Folge wieder Macht's gut, Leute Bis zum nächsten Mal